Ich muss doch in den Keller. Das Problem ist, ich finde den ja nicht mal durch die Überwachungskameras. Hä? In die Finsternis. 4-0-4 Mission steht hier. 4-0-4 Mission steht hier. Ah, ich wollte dafür eigentlich sparen, ne? Ah, kacke. Zu spät. Ich will jetzt aber auch nicht diese andere Mission hier anfangen. Ich wollte jetzt gern diese Mission beenden. Hacke den Blume-Server. Aber wo ist der? Jaaaa. Ach, Sackgasse. Das ist ja ungünstig jetzt. Hier geht's wieder hoch. Ich habe keine Ahnung. In meinen Augen ist das ja auch das Gebäude hier drüben. Aber hier geht's halt nirgendwo in den Keller. Ich verstehe es nicht, Chat. Echt? Verdammte Scheiße! Bekomme ich jetzt immer so viel Aufmerksamkeit? Bis du sie abschüttelst. Ja. Hilfreich wie immer, was? Verfolgung aufgenommen. Ich wiederhole. Verfolgung aufgenommen. Das ist das erste Mal, dass wir eine Verhandlungsstufe haben. Das Ding ist, ich müsste eigentlich mit dem Auto weg. Aber ich komme nicht mehr über die Grenzen von diesem Stadtteil. Hier ist Papa Charly 23. Alles in Ordnung. Schöne und Ember. Wo ist er hin? Scheiße. Es reicht. Ich breche die Verfolgung ab. Was? Mit der Drohne. Naja, da ist ja auch auf dem Dach eine Frachtdrohne. Aber ich verstehe es nicht so ganz, weil der Questmarker sagt mir, ich muss in den Keller. Muss ich mit der Frachtdrohne durch diesen Kanal dort fliegen? Oder ich verstehe es nicht. Mit unserer Drohne komme ich da, glaube ich, nicht hoch. So hoch kommt die immer nicht. Die kleine, die habe ich erst deaktiviert. Mehr kann ich nicht machen mit den Drohnen. Ich habe auch keine Fähigkeit, um was mit den Drohnen zu machen. Also ich kann die deaktivieren, aber mehr kann ich nicht. Und ich habe auch eine große Karte. Und ich habe juste Motivation. So, ich bin gespannt. Hier ist ja noch eine andere Frachtdrohne, aber das bringt mir alles nichts. Selbst auf der Drohne entdecken die mich. Ich google das jetzt, sorry Chat, aber das regt mich gerade so auf, dass ich hier nicht weiterkomme. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Hä, aber das habe ich doch alles probiert. Ich kann mich dort nicht in die Drohne hacken. Du kannst nicht ewig weglaufen. Du kannst nicht ewig weglaufen. Wir sind jetzt einmal wieder komplett rum. Also ich soll hier hingehen. Ich soll mich hier rein hacken. Und dann soll ich die hacken. Aber die kann ich nicht hacken. Ich soll die hacken und damit runterfliegen. Aber ich kann die nicht hacken. Und dann soll ich die hacken. Naja, die sind ja im Stockwerk unter mir. Mal. Ne? Mal. Mal. locken gedrückt aber da passiert nichts was ist das denn weil hier steht einfach nur eine lösung wir sollen zum questmarker gehen und dann schaut dabei in richtung der gebäudewand und hackt euch in eine der drei kameras das haben wir gemacht grad habt ihr es richtig gemacht dann solltet ihr einen dunkelblauen raum vor augen haben und mehrere ctos drohen anvisieren können die sich im darunter gelegenen stockwerk aufhalten kabart eine davon und und so weiter und so fort aber ich wie gesagt ich kann die nicht nimm halt mal den können das nur gewisse agenten kann das nicht jeder hervorragend unsere gruppe wird stärker willkommen bei der zack ich freue mich hier zu sein lasst uns loslegen fantastisch viel näher können die drohnen dort ja nicht tschuldigung kurz den text wieder weg machen und sehe ich ob es nicht richtig viel näher ran kann ich da ja nicht weil wie gesagt die sind ja im stockwerk runter dass er bloß ein glasboden also höher können die auch nicht das ist also für ein glasboden ja nicht oder wenn das ist die das ist dass die Ach, wir locken damit nur die Leute an, weil wir dann Geräusche machen mit der Kamera. Es geht nicht. Es geht nicht. Ich bin gerade in der zweiten, aber es geht auch nicht. Ich kann ja nichts machen. Das ist die dritte. Der Wamba gerade auch schon. Wow. Cool. 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 Oh nein. Leg los, Spinnen-Bot. Hab dich lieb, Spinnen-Bot. 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 Also die Mission finde ich ja richtig ätzend. Wirklich, die Mission ist, äh... Ich durchsuche das Gelände. Komm raus, wo immer du steckst. Drohne, Suche beginnen. Das Schwein kann überall sein. Oh, der macht es auf. Aber wenn ich das jetzt mache, komme ich doch... Jetzt kann ich das Tor halt öffnen, aber der Dude kommt zurück. Ich muss das Tor dort öffnen und der ist da drinnen. Wie kriege ich jetzt unsere Spinne da rein? Oh, also dieses Level, ich sag's euch, das raubt mir gerade meine letzten Nerven. Weiter drehen kann ich nicht, warum nicht? Okay. 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 Ich muss sagen, bis jetzt, ne? Alles entspannt. Nichts war unmöglich, aber diese Mission... Anstrengend. Okay. 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 Aber dann. Okay. 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 But here we have. an meiner position ich setze dem jetzt ein ende Verdächtiger in ihrer Umgebung gemeldet. Möglicherweise bewaffnet und gefährlich. Zentrale, wir haben Sichtkontakt zum Ziel. Da ist unsere Zielperson. Ende. Zentrale, ich habe die Zielperson verloren. Und alle Suchtrupps abbrechen. Das hat keinen Sinn. Ey, Leute, diese Mission macht mich alle. Okay, das haben wir gemacht. In einem hohen Bogen auf das Gerüst mit dem Sicherungsterminal fliegen. Hä? Das habe ich schon gemacht. Oh, ernsthaft jetzt. Ich mache jetzt die Mission noch zu Ende, hoffe ich. Und dann reicht es mir halt mit Watch Dogs Leech. Da, wo wir waren, das war schon komplett richtig. Wo war jetzt diese Tür? Wir haben den Verdächtigen verloren. Nehmen die Streife wieder auf. Proteste sind für Zivilisten gefährlich und besitzen das Potential, in der Wald auszuwarten. Wieso sind hier jetzt wieder Leute? Oh. Oh Gott, ist das eine Waffe? Ich gehe in Deckung. Ich gehe in Deckung. Ich werde beschockt. Oh. Ja, genau. Alles. Ich dachte, die sind da alle weg. Ich gehe in Deckung. Also bist du jetzt dran. Das muss unangenehm sein. Dann übernehmen wir doch mal den Job. Was treffe ich denn jetzt nicht? In Deckel! Klaaaaar! Es geht gerade alles schief in dieser Mission, was schief gehen kann. Wieso sehen ihr mich hier? Was? Das ist doch die Cheaten! Gutes Willen, die Steuerung von dem Auto! Was? Was? Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Wir haben es zum Aufzug geschafft! Überprüfe den neuralen Upload. 90 Prozent, nicht gut genug. Lade Prozessortemperatur. Elende Scheiße, sie lädt sich hoch! Oh fuck! Nur noch ein paar Minuten, dann ist sie unsterblich! Wenn du ihren Upload nicht abbrichst, können wir sie und Projekt Daybreak nicht aufhalten! Vielen Dank!